Was hattest du gefragt? Das Wolf, kommen wir den nicht snacken? Ja, du konntest ja alle snacken. Hattest du leider was gefragt? Ich sagte nur, snacken wir nicht aufnehmen. Wahrscheinlich haben sie einfach keinen Bock auf snacken. Ja, düster Wohle. Ah, das ist Joe. Wir haben den nicht snacken. Den kannst du nicht snacken, ne. Eigentlich für mehrere Tage. Oh, bitte. Da, ist ein snack. Hinter mir ist ein snack. Ich snack. Dann nehme ich den halt. Alles klar. Das war ein ziemlich guter snack. Jo. So, dann müssen wir hier links nicht rein. Genau. Ah, der Weg ist so altwegs vorgezeichnet. Trotz der Minimamkarte. Ja, sie verschwindet ja gerade. Ah, jetzt. Weil das Gebiet dir nichts hilft. Ja, einfach dem Dach, na. Jo. Doch, da war ne Eisenbahnen im Spiel drin. Da war ne Eisenbahnen im Spiel drin. Ja, das erwartet. Also bitte. Stickworm gefressen. Das war richtig, oder? Ja. Ja. Alter, was? Das war ja so. Ich denke, dann schenke. Das war ja... Ja, das war ja nicht einfach das waren. Ja, du hast es sich mit dem Kass. Das war ja schon. Also das war ja schon der Schwank. Ja. Ja, das war ja schon. Oder der Otter hat uns gefunden, je nachdem. Ich kämpfe schon seit 5 Minuten neben ihm. Wir sehen alle gleich aus. Ja. Das macht die Eider nicht und die vor. Power. Das war unmöglich. Da bin ich nicht zu stehen. Nicht? Ja. Da drunten hin, okay. Ja, ja. Ich hab rausgekillt. Die wehren sich weniger. Hier ist, glaube ich, Ausgang. Ja, hier ist Ausgang. Wir müssen in die Höhle, glaube ich. Ja. Weil Spinnen Höhlen Tiere sind. Spinnen sind Tiere. Höhlen Tiere. Ja. Naja, aber Spinnen sind Tiere. Spinnen sind eine eigene Garte. Oder lassen wir in den Lauf. Tatsächlich. Also die Spinnen gehören nicht zu den Insekten. Muss man vielleicht mal... Ja stimmt, Spinnen sind keine Insekten. Das Ding ist nicht. Nee. Haben wir auch zwei Tiere. Nee, das ist auch nicht. Spinnen Tiere. Spinnen sind Spinnen-Tiere. Genau. Arachnin. Arachnin. Genau. Ja. Du darfst mich heute nicht für... äh... intellektuell gehen. Das ist ähm... Leiter. Das ist... Okay. Reicht mir. Alter. Achso. Das war deine Ruhe. Hä? Mhm. Na, ich weiß nur, ich bin aus. Oh, den nehm ich. 91. 90. Nein, nicht töten. Lass mich in Ruhe. Für andere Spinnen. Achso. Oh ne, das war ich gar nicht. Sorry. Das sehen. Ich dachte, die wollte ich hier was aufsammeln. Dann war's auch weg. Yo, Blecki. Hi, Blecki. Hi, Blecki. Sei gegrüßt. Schön, dass du glaubest. Ich hoffe es nicht. Da sind wir im Kram. Hallo. Ich bin gleich. Oh, sowas ist gerade gar nicht so schön. Ich spiele mal kurz da hin. Das beruhigende Jammern einer Frau, die gerade gefressen wird. Und sich vor meine Füße schweißt. Das beruhigende Jammern einer Frau. Die gerade gefressen wird. Das beruhigende Jammern einer Frau. Und sie dann so. Was willst du von mir? Ja. Ja, aber bitte dann auch den Teil, äh, die gerade gefressen wird dazu sagen. Also bitte. Ja, ja, ja. das vielleicht wird sie ja gerade gefressen von schwarm wird sie gefressen der schwarm ist sie das heißt das eigentlich ist das andere nicht aus ich fernzieher ja die werden morgen auch nicht besser aber hast du mal reingeguckt die hatten jetzt noch mal ein update was im dlc kommt wenn alles ist richtig krass was dazu kommt ein eigener trino ich hab da tatsächlich nicht noch mal reingeschaut was jetzt der das nächste update macht ja ich wollte eigentlich nur wissen ob es jetzt schon bekannt ist wann es kommt und dann habe ich da reingeguckt und dann habe ich diesen brief gesehen und dachte what the fuck die haben wirklich ein eigenes system reingebracht noch eins naja die haben ja das mit denen also ich finde auch die idee ganz cool mit dem quasi du hast dann quasi noch mehr externe universen so ja und vor allem es ist halt endgame und das ist halt mal schön endlich wirklich endgame content dazu zu kriegen ja es ist aber auch recht früh auch egal wenn ich es verstanden habe ja das denke ich auch schicken darf das gehen weil instacillen ist halt auch so ein ding da äh alles weitere kommt nur bossraum die frage ist ob wir da durchlaufen wollen eigentlich nicht oder ich meine da oben sind zwar auch ein paar räubchen aber ich habe 16 neun sechs ja klar nicht aber auf dem rückweg können wir bei unseren freunden den wehrwölfen vorbeigucken ja alternativ gehen wir auf dem rückweg aber ganz kurz durch den düster wald und sammeln noch ein bisschen mutanten fett weil der dead cannot be teleported to und blacky um deine frage zu beantworten mir geht soweit ganz gut ich bin heute über den ganzen tag recht wirr und ich habe keine ahnung warum oder heute gedoppelwurmst das klickt falsch nein das war vollkommen richtig freut euch dafür jemals hat ein fahrgestell was jemand hat ein fahrgestell wir biegen gerade ganz seltsam ab amela kennt ihr das nicht mit parmela anderson parmela anderson ja so dass ich glaube mal so ein bisschen die ist in irgendeinem film ich weiß nicht so eine verarschung von fast and the furious oder so war das und dann meinst du so ach wisser jemand hat mein fahrgestell gebo ich will es jetzt nicht aussprechen aber da ist hier halt jemand reingefahren und dann hast du halt dann naja hm ne ich hab äh corona und äh grippeimpfung mir abgeholt ach so die impfung abgeholt ich war gerade so ja ich hab mir corona und dings abgeholt grippe abgeholt und grippe abgeholt ja ja das hier war die wehrwürfe oder so ihr redet ihr redet also doch zu den wehrwürfen statt zu sputanten fett ja dann komme ich auch mal zu oh entschuldige alles gut dann komme ich zu den wehrwürfen ja ich wollte der kann auch oben lang ja aber dann weil jetzt gerade auch nacht wird das wäre gar nicht mal so schlecht dann sollte man vielleicht schneller Menschen töten ja dann go for it wir kommen nach neid mich hängen im gemüse ok nein nein hab ich geschafft nein hab ich geschafft nein hab ich geschafft das hier ist aber auch die einzige stelle an dem es Sinn macht am tag zu agieren ja das ist das ist das ist das ist das ist nicht ausreichend das ist das ist ich los die absolument das ist jetzt die 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 Das ist noch einer, den kannst du essen. Den müssen wir jetzt mal runterklopfen, der ist hochkommt. Hallo. Ich sollte darauf achten, wo meine Maus ist. Wenn ich meine... Mausbruch? Ja, ich bin dauernd mausgerutscht. Ich bin in die falsche Richtung. Nee, tue ich. Da, da ist der Finger. Oh, ein Fernsaugen. Jetzt würde ich auch gerne noch was essen. Ja, irgendwie... Wir sind aus dem Kampf raus, ja, ich wollte gerade sagen. Wir finden ja noch genug Leute zum Snack. Ja, ja. Oh, mein Schwertchen geht zu... Meine Waffe geht kaputt. Hä? Wölfe. Damit meinte ich jetzt normale Wölfe und nicht die Wehrwölfe. Okay, irgendjemand hat ihn gesnackt. Ich habe ihn gesnackt. Ich dachte mir, bevor ich gar keinen habe, nehme ich lieber den. Ja, und jetzt brauche ich auch noch jemanden. Lieber den. Wacht. Hier hinten im Garten ist keiner? Nee. Da ist doch einer. Da ist einer. Nehm doch den. Wo seid ihr denn? Ach, da. Ja, hier vorne. Ach der? Ja, so weit drunter habe ich nicht gesehen. Hinten im Garten. Wo seid ihr? Vorne. Hinterm Haus ist er schon nur neuner, aber... Vorne am Garten. So. Stirb, Baum, stirb. Jetzt ist sie ihn, wir siehen. Jetzt schon wieder fast down mit dem Loot. Der Gier ist, glaube ich, nicht richtig. Ja. Natürlich. Unser Gier ist immer gut. Das nächste Gebiet. Unser Gier ist richtig, weil das nächste Gebiet ist im Norden. Also nicht im Sumpf, sondern links von uns. Das heißt, wir haben das aktuelle Gier. Das Gier ist für dieses Gebiet bestimmt. Das ist das Problem. Wir sind nur schlecht. Wir sind einfach nur schlecht, wie auch das sagt. Hier hinten ist noch einer. Braucht noch jemanden Snack? Nö. Jetzt, äh... Na, ich muss doch gleich kurz nehmen, auf jeden Fall. Definitiv, der ist oben. Brennt ihr. Danke. So. Dann bin ich am Florent. Ja, dann sollten wir uns mal bei... Achso, eine Sekunde noch. Ich brauche noch einen Skill vielleicht. Äh... Wo ist eine High Skill? Der High Skill ist... Und bei unheimlich natürlich. Und das war der hier? Noch ein Explosion? Nein. Nein. Das Ding? Todesritte? Wo ist der High Skill? Ich bin ein High Skill. Ich bin ein High Skill. Doch, ein High Skill. Genau, E-Fläche. Ah doch, eher bei Blut ist der drin. Blutbrunnen. Da gibt's ein High Skill. So. Ja, dann... Mal los. Bevor sich wieder zurückverwandelt. Ich geh mit mir in so'n Elektro-Dingern hier. Der ist sogar zu hart für meinen... Äh... Ton. Vorsicht. Oh, ey. Oh. Oh, Phil. Ah, au. Und zwar hier. Wir gehen und... Eier. Ich auch Orbs. Die nehm ich mal. Der Würfel sind da. Oder so. Fuck. Der mich da erwischt. Endlesser. Äh... Menschen? Ein Haufen? Aber kam der denn jetzt der Wehrwolf, der? Der könnte einfach eine ganze Zeit rum. Ich versuche den wahrscheinlich zu töten. Ich würde hier noch mehr Schaden am Rüst. Der tölt mich gerade so'n bisschen. Ey, hat das nicht geheilt? Ich glaube, ich soll mal das so machen. Töten. Jaa, so schnell bin ich nicht. Ein bisschen Schaden macht man halt nicht, ne? Kann die schneller essen als ich? Ja. Die machen die jetzt so Wett erst mal. Und ich muss halt eigentlich auch raus. So, wenn wir aufhaken, mal war das mal hier. Jetzt sind wir da voll Health, ey. Ist das scheiße. Wenn ich das mit mir auch behaupten könnte. Ne, das kann ich nicht ganz so. Geh weg. Priss, Joe. Ne. Äh, ja, jetzt hast du den gerade zu mir gebracht. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht vollheilen. Dass du da unten warst, habe ich nicht gesehen. Und ich musste halt eigentlich auch raus. Oh, jetzt geht's. Genoff, down. Du brauchst einen, äh, einen Easter Egg. Mhm. Dazu hab ich was zu dir. Oh, tschüss. Bin down. Äh, okay. Das goes down quickly. Hä, was macht ihr? Hä? Der war ja eigentlich an mich dran. Ja, ich hab's gemerkt. Das sah mir sehr merkwürdig aus. Ja, der kommt wieder. Oh, leid. Der dodged auch. Ja, let's try this. Ganz schlechte Idee. Ah, danke fürs Aggroziehen. Danke. Ja. Danke. Danke. Na, kommt er jetzt zu mir. Down. Äh, ich kann dich nicht mehr wiederbewegen. Ich hab kein Blut mehr. Der dodged. Ich bin so down. Äh, ich hab's gut. Äh, ich hab's gesehen. Du kommst halt auch nicht weg von ihm, wenn du kein Dodger hast. Der ist viel schneller. Hm. Das bin ich auch dauernd. Okay, ich geh. Ja, okay. Also ohne Schildsküle. Oder mal rein gehen. Ja, er hat, er hat, er heilt aber auch so manchmal, das ist ja schön. Ja, wenn du frisst halt, wenn da jemanden frisst. Oh, ein Volk. Hallo. Ach, verdammt, jetzt hab ich die getötet. Äh, ich hätte gerne ein Blutgefäß. Ein leckeres, leckeres Blutgefäß. Tötet schneller, dann kommt hier weniger Schaden. Ja, das ist ein guter Plan. Wollen wir das mal ausprobieren, was Blacky sagt? Dann sagst du was? Ein schneller Töten, dann kommt er wieder in der Schaden. Ah, ja. Easy. Hm? Ja. Rät hier doch irgendwas Essbares rum? Frage dafür, ein hungriger Vampir? Ich rede nicht von Wehrwölfen. Hier ist ein Verfluch, der Wolfstilter. Oh, das ist okay. Ah, du. Ja. Der Wolf, du. Aber keine Chance hier, du. Bleib dir einfach noch ein bisschen liegen. 7% Riesenbesser als gar nichts. Das wird eh gleich Tag. Ja. Ja, Tag. Aber was? Ich habe auch während Ere man es. Und ich habe zwei kurzeittyen. ALL in den nächsten were. Ja. 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 5000 Vielen Dank.